Ja, aber die kann ich beschreiben, die Bobbes. Die Bobbes sind immer traditionelle jüdische Weiber, also wie man kennt die von den Filmen. Gehalten Koscher und da war der. Mit guten Herzens. Wir haben geliebte Kinder und die Enkel. Wir haben uns getroffen zweimal im Jahr die ganze Mitsprache. Zu Rosh Hashanah und zu Seydr Pesach. Und zu Rosh Hashanah hat man gegessen Roshel. Weißt du was Roshel ist? Beetroot Soup. Aber kalt. Aber die Kartoffeln mit den Zwiebeln sind immer heiß. Und dann reingetan. In die Roshel Soup. Und ich kann auch erinnern, ich in die erste Rosh Hashanah haben sie noch gemacht von Rosinen, die eigenen Weine. Da muss ein Korscher. Und wir sind gewähnt, weil die Tiere von meinem Bobbe, die Mammesmamm ist gewähnt, Grace. Sie hat gekennzeichnet, 40 Menschen. Und wir sind gewähnt, 40. Bei der andere Bobbe ist die Tiere gewähnt, ein bisschen kleiner. Aber 25 dort nicht. Wir sind gewähnt, 40. Bei der andere Bobbe ist die Tiere sehr süß. Wir sind gewähnt, ein bisschen kleiner. Wir sind die Abprohlungen. Wir sind woher die Arbeit und befehlungenen. Und wir sind währenddessen.